Die Oma, hat die einen Schlüssel oder was dafür? Die ganze Zeit hat die Oma überfallen können. Also ich habe vorhin schon gesehen, dass unten in dem Bett irgendwas ist. Das bedeutet, wir müssen eine Uhrzeit rausfinden. God! Ich hätte schon das lesen können. Bisschen alt, he? Oh, ist das ein nettes Bild. Alter Oma, du stehst mir echt im Weg, ja. Wer hat denn aber auch Maden in seiner... Nachtisch, Schublade. Oh so, Oma. Ja, geil! Ja, noch geiler! Was? Mainhouse. Ach, die Hammer, du! Ja, Rabenschlüssel, L, ich ding ins. Hier, die Hammer, du! Die Waffe, die liegt doch im Ding ins drin. Aber... Die ist nichts mehr. Woher finde ich jetzt eine Uhr? Nein. Woher finde ich jetzt eine Uhr? Oma! Wie viel Uhr ist es? Krass, Alter! Du weißt es nicht. Auf das Ding jetzt! Da hängt eine Uhr an der Wand. Funktioniert die? 22.15. Ansonsten hätten wir unten auch noch einen. Weg da. Wer geht da freiwillig runter? Vor allem... Wohin führt das? Habe ich noch irgendwas, wo ich abgeben muss? Schatzfoto. Ich kann es nicht angucken. Ich kann es auch nicht lesen. Ja, aber wo ist es? Das sieht aus wie ein Kopf obendrauf. Aua! Aua! Die Oma, Alter. Da geht es gar nicht lang. Ich dachte gerade... Also die Hütte ist cool, muss ich sagen. Aber die werde ich nicht im Wald bauen. Das ist mir dann doch zu unheimlich. Eww. Und Staubwäsche könnte man hier unten auch mal wieder. Ui! Oh! Oh mein Gott! Toll. Oh, ich habe die rote Schlüsselkarte. Verbesserte Pistolen-Munition. Das Schnitzel liegt auch schon auf dem Boden. Ach, gucke. Ich weiß, wo wir sind. Ach, gucke. Oh! Oh! Hehehehe! Hey! Hey! Alter. Puh. Ähm. Sehr gut. Es lag auch schon hundertmal da drin. Äh, sind wir jetzt eigentlich verletzt? Nö. Geht. Wir fressen kurz einmal Kräuter und dann geht es wieder. Äh. Äh. Schatzfoto. Haben wir wahrscheinlich eh noch nie gefunden. Zurück. Schlüssel legt man. Dietrich legt man zurück. Das legt man auch zurück. Obwohl, wir haben ja jetzt Platz. Oh, wir haben ja jetzt Platz. Oh, wir haben ja jetzt Platz. Oh, yeah, baby. Mhm. Mhm. hmmm verwenden materialversicherung finden und versuchtsgelände gehen ok kann es helfen noch mal wir können zumindest jetzt in die die dinge gehen in die in die in die die rave party jetzt offen ich will gar nicht wissen was hinter mir ist ich will gar nicht wissen was hinter mir ist ich will gar nicht wissen was vor mir ist ist nicht für mich hey Kumpel denk dran die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party komm nicht zu spät lass mich mit Mia sprechen nein, nein, nein du musst dich erst bieten lassen du hast doch nicht vergessen wo die Party ist oder du kannst vom Hof aus rein kommen also komm schon man alle warten nur auf dich sag ich doch Party so wie das hier abgeht da draußen hätte rave du bist so hässlich wie die nacht du bist so hässlich wie die nacht wo es so hässlich ist die nacht ja auch nicht nur dunkel ist da noch was oder ui 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 brauchst doch nicht gleich den Kopf verlieren was ist das eigentlich für ein Gebäude das ist gar nicht eingezeichnet aber hier scheint echt voll die Mucke abzugehen ok Lopp party Aufs der Tür gott wette rave alter ach geil sowas gefällt mir sowas hätt ich auch gern daheim Wo ist der Türsteher? Let's party. Play, let's play. Ja, ich mache ein let's play. Das ist ja geil. Guck mal, das könnte es jetzt hier ab. Nur für geladene Gäste, falls da noch jemand sein sollte. Ja, zu sterben, ey. Man möchte hübsch. Ethan. Alter. Ethan, Ethan, warte, warte, warte. Ich habe etwas für dich. Schau doch mal her, was ich habe. Weißt du, wozu das gut ist? Weißt du, was du damit anstellen willst? Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan. Es ist nicht besonders. Das, das genau hier ist besonders. Weißt du, Ethan? Nicht jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was? Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurückdrehen will, wie es früher war. Du bist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will, zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also? Also, Ethan? Ethan? Du kannst, äh... Du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen. Aber du wirst daumt noch mal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Nun, komm schon, Ethan. Was sagst du? Ja, komm vorbei. Cool. Scheiße! Ja, der Bomben-Einschlag in der Fernsehkarriere. Das sag ich dir. Ich glaube, ich gehe wieder heim, ja. Ich wünsche mal besser streichen. Hier sieht es ja grausam aus. Klar, dass ich jetzt ein Kräuter finde. Also, gut. Aufpassen, hier sind Stolperfallen. Ist schon krass. Alter! Was? Hoch und runter. Oder kann ich mich über den Tisch klettern? Nee. Alter! Was? Ich hätte dich wohl erwähnen sollen, was? Kann ich das Ding her zerschießen? Ach, geht. Ja. Ja, wenn ich das gewusst hätte? Dann hätte ich wahrscheinlich Gläte draufgeschossen. Ja. Geht mir da solche Sachen. Fuuuck! So ein Arschloch! Huiui! Wow, krass! Du hast ein wirklich gutes Auge! Hä? Äh, ich glaub den Schlüsselbräuer auch nicht mehr. Ich bin schüttelig, ich verstehe, und ich muss jaque ihn. Wir haben so dyeiert, aber zack. Drei, ich nehme die Ziele. Hier habe ich alles zu lassen. Wiebell, wie ich auch auf die Ziele liese auf dem Flasen... Sind sie auf dem Flasen mit dem Flasen? Fağıde! Dass du mein Flasen ist, hast du schon wieder zu sein. Fuuuck! Hm. So. So.